Was haben wir hier noch? Andere Storschen. Sieht auch mit Flintstone aus. Ich muss schon sagen, die, äh, ups. Hallo, Skeletti. Roll auf die Zwölf. Ich weiß nicht, wie die Einfachungsskelette von der Anfang ist. Was? Nee, ich bin ganz weit weg. Nee, nee. Das Krautscheviech. Ist noch nicht. Das ist so eine Gollum-Form. Oh, ich hab ein paar Nüsse gefunden. Ach, da hinten, kratscht es vor sich hin. Was ist das laut? Ja. Genau. Aber ich nehme erstmal den Ochsen hier. Wand, ey. Oh. Damage Reduction 5. Ich mach mal meine Leather Gaunlets weg. Ich habe... Feldstulpen. Das ist die Hütte. Ach, da hinten ist noch ein Krautscheviech. Da ist unsere Hütte. Da ist unsere Hütte. Wir haben unsere Hütte gefunden. Sehr schön. Meinst du unsere Ursprungshütte? Unsere Ursprungshütte, ja. Ich meine, die andere ist ja schon ein richtiges Dörb, ne? Äh. Hast du hier die Baumwolle im Hinterhof abgeahntet? Äh. Gestern, ja. Ah, hier ist nämlich nichts mehr. Wow. Oh. Rautscheviech, wo bist du? Wallum. Wallum. Ach, ein Hütchen. Friedel brauchen wir noch. Friedel brauchen wir ja. Worn hatchet. Vier Damage. Fünf Damage. Dann weg. Kommst du her? Nicht davonlaufen, bitte. Hm. 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 Da bin ich mir grad nicht sicher, ob hier zwei oder nur einer rumkreuscht. Machen wir das so hier? Okay. Okay. Da kommt er auf mich zu. Oh. 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 Was anderes. Oh. 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 will man ja auch das kurz kann. Oh. 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 Ich hab einen Ghoulsfang gefunden. Ah. Oh. Das ist das Ghule. Ah. leder holzbalken brauchen wir glaube ich nicht die kann uns wieder sammeln ohne kleine hase für auch nicht schon wieder das sind zwei du hast spaß ich merke schon alter wo kommt denn alle her jetzt doch mit mir läuft hier würde ich sagen weil dann dort hin und tüge auf tüge auf lass mich rein lass mich rein ich glaube solange ich im haus bin ist alles gut ich habe jetzt 19 schädel dabei ist das okay das ist okay das können wir noch hier lassen noch die steine kann ich hier lassen dann nehme ich das mit am besten kohle nacht nadeln haben wir entscheiden ich muss hier noch mal hinlaufen haben wir so elendig viel gesammelt das haben wir allerdings ich komme heute durch ich hatte mich gerade nach wie vor noch im haus versteckt geräusche haben aufgehört ich bin mal gespannt wie viele ok da geht nichts mehr backable 20 gute sind dann schon verschwunden ich soll jetzt den hasen kaputt machen geht doch juhu jetzt damit hast du das tin zeugs dabei ich habe 19 in gibt es gut weil davon brauchen wir auch um die dings hier wieder zu reparieren weil die wälder die wälder die sind jetzt schon inzwischen verschwunden wer ist verschwunden die die viecher sind verschwunden ja cool machen wir noch mal kurz ein paar bandagen bis mein inventar damit voll ist weil das fand eine baumwollfeld ist wieder aufgeploppt ok wenn ich mal so viel baumwoll auf einen haufen das ist ja schon nett mehr geht nicht das heißt patching kit ich habe jetzt ein patching kit erstellt damit kannst du deine klamotten wieder ich habe gleich 20 bandagen dann mache ich mich weiter auf den weg hier ich habe schon sehr gut da vorne liegt mein nachtschattengewächs wir brauchen auf jeden fall größere taschen es gibt auch ein flash wrapped bag braucht dann dreimal die kate flash und einmal die kate pelt und zweimal bone dust also zwei der drei zutaten haben wir schon öfter gehabt aber dann weiß ich wenigstens wozu die gut sind bone dust kriegen wir mit dem skeletten hin und jetzt gehen wir auf die erste insel und rocken da mal ein paar skelette weg die eilen ja relativ schnell um es schneit schon wieder stell mich einfach in den meteor hier schön warm oh ja das hilft ich stehe am meteor und mir ist warm die 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 Oh, clothes shreds. auch club habe ich jetzt nicht dabei habe ich leider lauter bandagen draus gemacht bestimmt noch irgendwo bauen wolle weil aus den club schwätzt und dem hilf bleib stehen hast du keine chance kannst du ein tethered bag erstellen das ist der erste bag den wir gekriegt haben das ist größer als die anderen die wir haben funktioniert sehr geil zwischen den brücken diese riesen eischolle ist abbaubar ja sehr geil muss ich mir nicht jetzt meinen tod holen wenn ich da drei eisklappen äh eisbocken raus holen oh nein ich kann nichts mehr aufnehmen oder was ich kann nichts mehr aufnehmen passiert mir auch häufiger hat mich ein doof so kraft immer bitte davon was denn ein tier was auch immer für ein tier ich weglaufen keine pfeile mehr ich hoffe ich finde die wieder oh du bist da hallo ich habe getroffen sehr schön keine hase geht doch kein platz das gute bei dem wetter ist die tiere verrocknen nicht so schnell was warum was los das lahm soll hier bleiben ach so ähm ist jetzt habe ich wo meine klaus schwätzt sind ich habe übrigens jetzt in unserer neuen behausung den ähm die sporen kann ich nicht nur für dich sehr schön kannst du mich da auch mal registrieren und so